Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Du weißt schon, dass die Farbe giftig ist, oder? So allein im Wald, kriegst du da nicht ab und zu einen Einsamkeitsanfall? Ich ernte die Früchte der Abgeschiedenheit. Ich werde so geil hier in der Natur. Du nicht? Ist ein Bratwisch. Auf das in unseren Herzen immer Feuer ist. Du solltest nicht rauchen. Ja, soll furchtbar schädlich sein. Darum geht's nicht. Du solltest nicht rauchen. Sieht echt ähmlich aus. Für heute kriegst du keinen Lohn. Was soll denn das? Hör auf, Mann! Wie hast du eigentlich bis heute überlebt, ohne zu wissen, wie man einen Fisch ausnimmt oder wie man ein Zelt aufbaut oder Knoten macht? Und wie hast du bis heute überlebt, ohne dich selbst umzubringen, weil du so ein langweiliger Loser bist, der immer denkt, er weiß alles? Zu deiner Information, du weißt nicht alles! Ich hab gedacht, dass dieser Job mir helfen würde, rauszukriegen, wie ich mit meinem Leben glücklich sein kann. Du brauchst ein Abenteuer. Wir haben Vögel im Auto. Was? Bis zum nächsten Mal.